Ah, ich hab aber richtig Bock zu spielen, ich muss nur weiter. Komm, scheiß drauf. Ah, dadadadada, dadada. Das ist komplett. Uiuiui. Okay. Die Karte. In der Küche haben wir keinen, im Loft haben wir einen, im Schlafzimmer ist einer und im Maschinenraum. Wann gehen wir von hier aus ins Schlafzimmer? Das ist das nächste. Das geht am schnellsten. So, da will ich nicht rein. So, Maschinenraum. So, einmal hier runter. Und einmal hier rein. So. Das ist aber, glaube ich, wieder so eine Galaxie, wo man ein bisschen Zeit hat. Und willkommen auf Lederkometern. Ledermünzen im Würfelgarten. Bitte dich auf Zeit. Wollt ihr mich verarschen? Das ist schon wieder auf Zeit. Ich glaube, das ist auf Zeit, die sind immer so, dass man nicht alle Münzen finden muss. Lauf, Luigi. Lauf. Wunderweise geht das hier mit der Wirbelattacke nicht. 100 von 150 Milch sammeln. Nein, das sollst du nicht machen. Das wird übrigens noch ganz oft kommen. Das blöde auf Zeitgelaufe. Und hier sind, glaube ich, die... ...leiner zu ganz leicht an The Legend of Zelda auch. Render of Time. Was ich auch nochmal irgendwann spielen möchte. Irgendwann. Aber eventuell gar nicht als Display, sondern als anderes Projekt. Du, 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 du... Mein Schlauch. Ich kann Zeit, mich aufzufüllen oder irgendwas einzusammeln. Ich muss Ledermünzen sammeln. Ich muss so viele wie möglich. Du, 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 du... Das war gerade irgendwie das Zufall, dass ich das eingesammelt habe. Ich gehe hier lang weiter. Weil hier war ich noch nicht. Du, 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 du... Du, 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 du... Du, 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 du... Na komm. Wir haben noch eine Minute. Und noch ein paar Minuten. Da hast du nur diese Clipping-Feder. Also... Da ist die Wand nicht richtig aufgesetzt gewesen. Egal. Da sind die Wand nicht richtig aufgesetzt. Wird zur Hölle. Na na... Die eine Münze lasse ich Münze sein. Und hier um damit. So... Gehen da dann weiter... Oh, hier sind auch ganz viele da gesehen. Sehr schön. Eine Sekunde noch. Das dürfte zu schaffen sein. Hallo, was ist denn da? Ich sehe ihn. Na komm. Wo staucht der Stern auf? Beim Brunnen... Wo ist das denn jetzt? Wo ist der scheiß Brunnen? Ich lasse ihn hier sein. Dankeschön. Dürfte ich? Danke. Im ersten Rutsch. Sehr schön. Grrrr... Dumm... Dumme Galaxie ist dumm. So... So, da-da-da-da! 111 Sterne, Schnapps-Saal, jeje. Okay. So. Machen wir noch was? Na komm. Ja, hier ist die Karte. In der Küche haben wir den letzten... Na, machen wir die Küche noch komplett und dann mache ich Schluss für heute. Aber sieben Sterne. Wenn ich die Tage noch das Tagebuch... Äh, das Tagebuch. Quatsch, Tagebuch. Obwohl, das ist eigentlich ein Tagebuch. Ja, das nächste Kapitel im Bilderbuch aufnehmen. Wollte ich auch noch separat machen und nicht im LP. So, direkt. Weil ich das halt nur vorlese dann. Oder ich mache es jetzt gleich direkt. Oder ich kann es jetzt gleich machen. So, na komm. Und in der Glasstrandgalaxie... Ich glaube, das ist wieder so eine gemütlichere Sache gewesen. Dafür müssen wir hundert von hundert Münzen sammeln. Anflug auf Lila Kometern. Hm, irgendwie sieht meine Stimme da immer gleich aus, wenn ich das sage. Egal. Und los geht's mit... Das ist auch ein Side-Level. Wollt ihr mich verarschen? Oder? Nee. Der Musik nach nicht. Ist einfach für Lila Münzen der Rand, oder was? Keil. Oh. Danke. Danke. Das sind aber gar nicht ohne was. Auch noch welche. Nee, wir müssen uns nicht einfach auspendeln. Njus. So, dann haben wir die auch alle. Das waren schon mal ganz viele. So, dat. Na komm. Nein, ich wollte es ab. Nehmen wir den schon mal mit. So. Du, 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 du. Das war... Ups. Pfff. Da kostet mal die Pinguine abgeworfen, ist klar. So, du, du. Das ist ein gemütliches Level. Du, 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 du. Natürlich hier noch so Palmen. Hier muss man alle Tricks natürlich auspacken, nochmal als Spielentwickler. Wir platzieren Items da, wo ihr normalerweise nie hinlauft. Weil das auch nicht nötig ist im normalen Spiel. Gehen wir doch mal weg. Dich brauche ich jetzt gerade gar nicht. So. So, auf dem Blättern kann man zum Glück gut stehen. Ähm. Ich kann hier keine Kamera machen. Was zur Hölle? So, hier ist erstmal nix. Dann holen wir uns jetzt hier unter Wasser. Du, du, du. Du, 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 du. Natürlich. Ich glaube, die füllen auch noch nicht mehr Luft auf, ne? Nö. Die machen gar nix. Die sind nur zum Einsammeln. Dumm. Ups. Wollte ich gar nicht. Egal. Mhm. Komm, weg mit dem Ding. Ich hab... So bin ich... Zwei langsamer, aber... Normalerweise eine Bisserkontrolle. So, komm. Könntest du bitte diese lila Münze einsammeln, Luigi? Dankeschön. So, als nächstes holen wir uns ein bisschen Luft. Bevor ich hier sauf. Wo auch immer die Luft da rauskommt. So, und hoch, und hoch, und... ... dahin. Ähm. Bin doch gerade eben noch an einer vorbeigeschwimmen, oder nicht? Oder das war die da, die... Ja, war wahrscheinlich die. So, ich seh nix. Da ist noch eine lila Münze. Äh. So. Bisschen Tempo hier wieder aufnehmen. Äh. Dann, dann, dann. Du hast auch bestimmt noch... Nädädädädädädädä. Du sausack. Nimm kurz mal hoch. Äh. Kann ich mich... Nein. Quatsch. So. Da ist noch eine. Wusste ich es doch. Da unten war da noch irgendwo einer. Hab ich eben gesehen. Sound. So. Noch irgendwo? Nein. Ich weiß gar nicht. Ich muss schon... Äh. Es wird wahrscheinlich schon eine Folge her, aber ich hab eben von niemandem gesprochen. Ähm. Der das Spiel auch gespielt hat. Äh. Im Mario-Modus. Nicht zu 100%. Der ist nicht so wahnsinnig wie ich. Auch wenn ich nirgends von 100% drinstehen hab. Aber dass der Spiel hier ist... So gut. Dass ich es einfach so spielen möchte. Er spielt da für andere Spiele zu 100%, die ich niemals zu 100% LP'n würde. Das wird mir viel zu lange dauern. Mhm. Ich weiß schon. Wenn er das hier guckt, was... Weiß ich gar nicht, ob er sich das LP anguckt. Ob es das für ihn interessant ist. Muss ja auch nicht. Ist ja für jeden Satz sein, ne? War das ja nur just for fun. Wo ich nirgends noch ein bisschen was holen möchte. Überall auf den Palmen sind noch welche. What the fuck? Ähm. Ja, kann ich aber ein bisschen so oft. Aber ich will mir noch was holen. Fürs LP. Das würde aber noch ein bisschen dauern. Und für das Streaming will ich mir auch noch was holen. Halt meinen ersten Livestream, den ich hatte. Waren zwar nur ein paar Leute da, aber es war schön und gemütlich. Ich hab mir Spaß gemacht. Da gibt's garantiert nochmal wieder. Irgendwann. Wahrscheinlich, äh... Ende, Mitte Februar. Irgendwann. Oder Karneval. Ich kann... Stimmt, ich kann Karneval-Stream machen. So ein Muffel-Stream. Weil ich bin Karnevalsmuffel. Ich interessiere mich dafür nicht. Ich interessiere mich absolut nicht für Karneval oder Fasching. Äh... Da, 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 da. Ei, ei, ei. Und so. Ähm. So. Du, 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 du. Hopp. Natürlich. So. Ähm. Wo war ich denn gerade? Hm. Bei irgendwas, bei Karneval und Fasching war ich irgendwie gekommen. Bestimmt vom Stream war ich da drauf gekommen. Wie auch immer ich da drauf gekommen bin vom Stream her. So. Ähm. Da ist er Livestream. Hat Spaß gemacht. Gibt's wieder. Wird die Ponyer weitergezockt. Da haben wir ja da angefangen, dass wir dich doch zu Ende machen. Deswegen spiele ich da auch immer mit nicht weiter. Ja, obwohl das eigentlich sehr geil ist, das Spiel. Äh. Da, 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 da. Das habe ich ja auch hochgeladen. So. Da, 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 da. Da oben sind noch gar nicht noch welche drauf. Oder auch nicht. Moment. Moment. Habe ich hier umgucken? Ja. Da. Äh. Moment. Ähm. Ah, fuck. Da drüben habe ich eine vergessen. Da sind wir uns. Da habe ich drauf. Das heißt. Ich will da von oben runter. Und das sehe ich doch da. Womit? Wieso? Bist du mich verarschen? Hey. Okay. Okay. Okay, okay, okay. Das ist der Sprung, den ich habe. Das ist der Dreifachsprung. Dankeschön. Da habe ich auch gehört, dass ich die eingesammt habe. Da komme ich nicht hoch. Ach. Da komme ich hoch. Klar komme ich da hoch. Dann habe ich irgendwie glorreich gesehen und dann doch nicht gesehen. Ach, dann muss ich ja wahrscheinlich auch nur da hoch. Ähm. Äh. Do, do, do. War klar. Ist das eigentlich mal? Obwohl so. Ja, ich würde es deaktivieren. Na komm. Wenn hier oben noch was ist, haben wir ja wahrscheinlich noch was hingestellt. Ähm. Do, 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 do. Das war knapp, da hätte auch eine Spalte sein können. So... Du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du. Ein sehr schönes Level, wie ich finde. Trotzdem ist das nervig, hier Münzen zusammen. Und zwar tierisch nervig. So, immer so. Ach. Hey. Nein, das sollst du nicht machen. So, geschafft. Und das, und das... Warte, das wollen wir wahrscheinlich eigentlich mit dem Federluigi hoch. Ähm... Auf der Palme sind jetzt aber bitte keine, ne? Ne, sieht nicht doch noch aus. Das wär echt extrem fies. Moment, schaffe ich von hier aus... Haha. Ich brauch ihn nicht. Und auf der Palme sind tatsächlich keine. Und auf der da... Kann ich nicht gucken. Moment. Da sind natürlich weg drauf. Hm... Moment, das haben wir gleich. Warum macht er jetzt nur den einfachen? Wahrscheinlich, weil ich noch nicht ganz angelaufen war. Haha. Wer braucht schon... Äh, den Fehler... Äh, den... Ja, den Sprungfehlerluigi. Wenn er da... Wtf, da ist ja immer noch einer. Ah, okay. Hier brauch ich den Sprungfehlerluigi. So hochkomm ihn nicht. Autsch. Ich hab Schaden gekriegt. In dem Gegner gibt's nicht mehr... In dem Level gibt's kaum Gegner. Was zur Hölle... Da, 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 da... Nose... Und hoch... Und hoing... Jetzt weiß ich auch, warum man da keinen Wandspruch machen kann. Und hoing... Toing.... Toing.... Toing... Und... Toing.... Toing... Ähm... So kommen. Ja, da, da, da. Um... Perfekt. Und doing. Verdammt. Da 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 da. So. Jetzt dürfen die letzten paar da unten sein. Da ist noch einer. Äh, konnte man... Ach, da vorne ist auch noch einer. Na toll. Hab ich das richtig gesehen? Über deinem Kopf. Arschloch. Warum hast du da eine? Stirb. Verdammt. Er ist zu zäh. Dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun. Lalalalalalalala. So. Ops. Geh mal. Doink. 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 Wenn die Kamera jetzt noch mal mitspielen würde und mal in die Richtung zeigen würde, in die ich auch gucke... Wie war da denn hier nochmal? Wie kam ich da hoch? Verdammt! Über die Palme vielleicht? Lass mich verarschen. Ähm... Da-da... Aha, jetzt muss ich nur treffen. Dankeschön. Wir haben bestimmt gedauert jetzt. So. Sehr schön. Allein und haben uns gefunden. Da-di-ta-ti-ta-dam. Ta-da-da-dam. Ta-da-dam. Das war schön. Das war gemütlich. Auch wenn ich da manche Sachen gemacht habe, die total unnötig waren. Aber naja. Und mit 112 Sternen. Ein paar Sternen-Splittern und... Drei kompletten... Wie soll man es denn? Ja. Das sind Galaxien. Nur nochmal mit drei. Machen wir das nächste Mal die restlichen drei. Galaxien fertig. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Wenn es wieder heißt... Let's Play Super Luigi Galaxy. Bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute.